Während eines Rennwochenendes sind vier Reifentypen verfügbar. Eine härtere und eine weichere Mischung Intermediates und Regenreifen. Die härteren Reifen halten am längsten, haben aber weniger Grip als die weichen. Die weichen Reifen sind durch den stärkeren Grip dagegen schneller abgefahren. Intermediates sind optimal, wenn die Strecke feucht ist. Regenreifen sollten nur bei heftigen Regenfällen zum Einsatz kommen. Die besten Fahrer achten darauf, dass sie ihre Reifen nicht zu schnell abnutzen. Dadurch können sie im Rennen zwischen verschiedenen Strategien wählen und länger auf Reifen mit mehr Grip fahren. Zu starke Abnutzung vermeidest du am besten, indem du behutsam mit Gas, Bremse und Lenkrad umgehst und verhinderst, dass das Auto aus Kurven rutscht oder dass die Räder durchdrehen. Dadurch wird die Haltbarkeit von Reifen stark reduziert. Dadurch wird die Haltbarkeit von Reifen schlecht abgefahren.